Hallo alle miteinander, herzlich willkommen, ich bin's, euer Cornelius, wir sind zurück bei The Winding of Isaac und wir sind im Spiel. Und zwar sind wir gerade hier auf der Basement 1 Ebene und wir machen heute, wie ihr seht, ein Lauf als Cricket. Ich habe vor langer Zeit mal die Cricket-Verwandlung eingefügt als Mod, aber wir haben sie halt, glaube ich, soweit ich weiß, noch nie gefunden. Und ich dachte mir, es ist vielleicht ein bisschen OP, ja, das gebe ich zu, das wird jetzt ein OP erlaubt, denn wir haben jetzt ein Damage von 12,45 Damage als Start-Damage. Ist schon extrem krass, aber meine Güte, Isaac ist ja auch da, um einfach mal Spaß zu haben und auch einfach mal zu eskalieren. Das ist ganz wichtig, man muss im Leben auch einfach mal verrückt sein und, ja, sich auf Dinge einlassen, auch wenn sie vielleicht ein bisschen bekloppt wirken. Und wie gesagt, ja, es ist natürlich bekloppt, äh, irgendwo, ja, im gewissen Grade, weil wir, äh, wir sind halt OPS-Fuck im Grunde. Aber, das ist eigentlich ein gutes Item, ne, aber wir haben halt ein Spaceball-Item, das ist kein gutes Item. Ähm, Leaves, Trade of Tears. Ah, okay. Das ist gar nicht mal so mega übel, aber irgendwie gefällt es mir doch nicht. Ähm, boah, fuck my life. Komm, dann nehmen wir halt Libra, ja. Wow. War das jetzt gut? Okay, Leute, wir sind nicht mehr OP. What the fuck, ey, jetzt haben wir einfach Libra bekommen. Das hat mir meinen ganzen Damage weggenommen. Ähm, also ich bin trotzdem noch stark. Ich meine, ein Damage von 5 ist für die erste Ebene immer noch eine super Sache, aber so diese komplette OP-Heit ist ein bisschen raus. Aber das heißt ja nicht, dass wir die nicht noch erreichen können. Ja, vielleicht haben wir jetzt Glück und, ähm, keine Ahnung, finden noch Polyphemus in dem Lauf oder Soymilk. Das wäre auf jeden Fall interessant. Also lassen wir uns einfach mal drauf ein. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich habe... Oh, guck mal. Ah, die Rune habe ich schon einmal gefunden. Da habt ihr gesagt, die funktioniert wie das Void-Item oder wie das Face-Beitem von Void irgendwie. Ich habe es nicht hundertprozentig verstanden. Wir gucken einfach mal gleich, was wir hier für ein Item kriegen oder so. Vielleicht können wir das ja einsaugen. Keine Ahnung. Ja, das ist einfach mal... Ich habe einen Luck-Up bekommen und einen Speed-Up von den Tears. Also einen Shot-Speed-Up, genau. Shot-Speed-Up ist das. Ja, okay. Ich, ähm, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist, um ehrlich zu sein. Okay, ich habe irgendwie eine Unverwundbarkeitsphase bekommen. Keine Ahnung, woher. Und einen HP-Up. Das läuft auf jeden Fall. Läuft auf jeden Fall bei mir. Ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich so ein bisschen Lacks habe gerade. Aber so wirklich FPS-Drops sehe ich nicht. Und ich sehe auch nicht, warum ich überhaupt Lacks haben sollte. Denn es gibt gar keinen Grund dafür. Ich habe sogar meinen PC neu gestartet, Leute. Müsst ihr euch mal reinziehen. Ich habe meinen PC neu gestartet. Oh, ich muss mir angewöhnen, meinen PC über Nacht runterzufahren. Ich glaube, das ist einfach besser. Aber voll oft, ähm... Ja, wobei, das ist eigentlich gelogen. Ich würde jetzt sagen, voll oft rendere ich noch nachts oder so. Aber das mache ich halt nicht. Und hochladen? Ja, in der Regel auch nicht. Ja. Ich glaube, ich muss mir das mal angewöhnen. Und wisst ihr, was ich mal unbedingt machen muss? Ich muss mal unbedingt meinen PC aussaugen oder so. Aber ich habe... Also ich habe halt keinen Staubsauger. Was mache ich denn da, Leute? Ich... Kann man sich nicht im... Ich glaube, mein Vater hat mir mal gesagt, oder was... Ich weiß nicht genau, dass man sich im Laden so eine Sprühdose... Also in einem PC im Saturn oder so... Boah, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist ja mega nice. Und wir haben trotzdem noch eine Tiergeschwindigkeit von 8. Oh, ich glaube... Ich glaube, das ist jetzt schon wieder ein bisschen OP, weil... Wegen... Alter, nice. Wir nehmen die Spider-App mit. Die Spider-Mod. Einfach nur aus Prinzip, weil wir es können. Ich glaube, das ist jetzt schon wieder durch Quatschot ein bisschen OP geworden. Durch Libra. Weil wir halt einfach kein richtiges Tier-Stown bekommen haben. Alter, das sieht ein bisschen nice aus. Ich habe trotzdem ein bisschen FPS-Probleme. Ich weiß nicht genau, warum, Alter. Isaac ist bei mir wirklich eine kleine... Ich will jetzt nicht irgendwie was Böses sagen, ne? Aber ihr wisst schon, was ich meine. Äh, bitte. Wir nehmen das mal mit. Setzen es einmal ein und würfeln dann. Genau. Na, oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wird wieder nicht funktionieren, Leute. Wir sind Leviathan? Wie krass ist es denn? Guck mal, wie krass wir aussehen. Alter, guck mal, wie wir aussehen. Ich würde gerne den Begleiter hinter mir komplett verstecken. Ah, das geht nicht. Alter, guck mal, wie krass wir aussehen. Übertrieben geil. What the fuck, ey. Da muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie fürs Thumbnail einfangen kann. In irgendeinem nice Shot. Ähm, so. Ja, wir sind, ähm, wieder OP, Leute. Keine Ahnung. Und jetzt werden wir halt noch Gappi im besten Fall. Und dann... Ja, mein PC stirbt schon wieder, weil es einfach zu viele Tränen sind. Ich... Ich weiß auch nicht, warum. Ich meine, ich kenne doch hier auch nicht die... Ich kenne doch nicht irgendwie... Keine Ahnung. Vielleicht lag das auch wegen irgendwelchen Mods. Das könnte halt auch sein, ne? Vielleicht habe ich irgendwie zu viele Mods aktiv oder so. Oder generell halt einfach runtergeladen. Habt ihr da vielleicht schon mal Erfahrungen mitgemacht? Ich meine, dass ich, ähm, von Holly, glaube ich, einen Tweet gelesen habe. Oder was? Von Mock? Könnte auch von Mock gewesen sein. Einen Tweet, wo, ähm, darüber geredet wurde, dass, ähm, das Spiel sich nicht mehr starten ließ. Wegen dem Mods irgendwie. Ja, ich weiß nicht. Es gibt ja generell so ein bisschen Kritik an dem Ganzen, weil... Ja, weil es halt einfach nicht so richtig hundertprozentig gut funktioniert. Also, ich bin da nicht so mega krass im Thema drin, um das jetzt wirklich zu beurteilen, weil... Alles, was ich bisher an Mods so gemacht habe, hat halt irgendwie funktioniert im Großen und Ganzen. Aber wenn ich jetzt, ähm, sollte das wirklich an dem Mods liegen mit den FPS-Problemen, wäre das natürlich ein bisschen blöd. Aber, naja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielleicht auch nicht, ne? Ich weiß es halt nicht. So. Da ist der Boss und unser Würfel ist nicht aufgeladen. Ähm, ich... Ja, ja... Ich mache eben noch den einen Raum. Ich glaube, das ist schon okay. Ich glaube, das ist schon okay. Naja. Auf jeden Fall ist das ein Laufwärts-Quicket. Ich wollte mir einfach mal den Spaß gönnen. Ähm, ich... Keine Ahnung. Ich feiere die Quicket-Verwandlung halt auf jeden Fall. Und... Ja. Mit Libra ist es alles ein bisschen seltsam geworden. Aber... Mit Quatsch-Shot wiederum hat es sich halt schon ziemlich nice entwickelt. Ich denke, wir werden auch auf jeden Fall probieren... Ja, wobei, ich weiß nicht genau, ob ich den Boss-Rush machen möchte. Vor allen Dingen, weil ich halt so leichte FPS-Probleme habe. Und der Boss-Rush könnte ein bisschen nervig werden. Wir gucken mal. Ja, wir gucken mal, wie es jetzt weiterläuft. Was noch alles so passiert. Da sind auf jeden Fall ein paar Herzen für mich. Hier... Ach so, das war... Naja, okay. Alle Bomben. Alles Bomben für mich. Danke. Und dann gehen wir einfach mal weiter. Ach ja. Ähm, ähm... Guckt auf jeden Fall nochmal vorbei. Der war ziemlich nice. Das war die Sniper-Challenge. Beziehungsweise... Ähm... Ja. Der Sniper. Wo ich immer nur eine große Träne hatte. Mir ist tatsächlich ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich hatte das Schmuckstück nicht richtig. Ähm... Weil ich mit Kane gespielt habe. Das Problem an Kane ist, dass Kane schon ein Schmuckstück am Start hat. Und wenn ich mir hier ein Schmuckstück gebe, so wie ich das gemacht habe, funktioniert das nicht. Weil ich dann halt schon ein Schmuckstück habe und der das nicht überschreibt. Warum auch immer. Ich weiß es nicht genau. Ist leider so. Ja, guck mal, wie viel Damage wir machen. Das ist so übertrieben. Das ist so übertrieben krass, Leute. Komm runter! Da war eine Batterie. Da können wir nochmal reinlaufen. Ich hätte vielleicht das Item noch nicht mitnehmen sollen. Wenn ich das gewusst hätte, ich hätte auf jeden Fall nochmal gewürfelt. Ich habe den Goldraum auf der Ebene, glaube ich, nicht gefunden. Aber wisst ihr was? Ist mir egal. Ist mir egal. Oh, nix. L-Ebene. Das ist nice. Jetzt müssen wir nur noch den Boss finden. Wir können hier echt einen kleinen Speed dran raus machen. Ja, machen wir, glaube ich, auch. Allein schon, weil es so laggy ist. So eine Scheiße, Alter. Ja, das ist halt echt ein bisschen... Da sind halt so viele Tränen, wisst ihr? Und das macht es irgendwie ein bisschen laggy. Auf jeden Fall gibt es halt Kritik an der Mod- Dies und das an der Mod-Unterstützung. Weil das wohl nicht so reibungslos läuft. Ich kann da nicht so viel zu sagen, aber... Ja, wenn ihr da irgendwelche Erfahrungen mit FPS-Problemen gemacht habt, lasst es mich auf jeden Fall erwissen. Entschuldigung, da muss ich ja mal kurz hixen. Das war nicht so gut. Ich glaube, wir sind auf dem Weg zum Boss. Es fühlt sich auf jeden Fall gut an. Das kann ich sagen. Es fühlt sich verdammt gut an. Hallo Grido, wie geht es dir? Ja, die Quicket-Verwandlung habt ihr gesehen. Man hat halt extrem viel. Der Mösch, ich weiß nicht genau, was der Schwanz macht. Der Schwanz ist ja das Item, das durch die Mod hinzugefügt wurde. Wenn ich mich nicht komplett täusche. Da gibt es nämlich auch keine Beschreibung, was das Item im Genauen macht. Sieht so aus, als wenn es irgendwie sechs Damage abgibt oder so. Das ist halt mega krass. Aber das könnte auch durch die Verwandlung kommen. Das ist Item und dann die Verwandlung zusammen so viel Damage abgibt. Also von daher, ja, vergesst die Aussage. Ich glaube, die stimmt nicht. Auf jeden Fall ist Quicket extrem stark. Aber trotzdem macht es irgendwie Spaß. Das muss ich ja schon sagen. Und der kann fliegen, das ist auch sehr gut. Wir gehen nach oben. Polaroid rockt auf jeden Fall. Oh, Single Use Deals Damage to Army. Oh, I'm using Kiss Use. Wo bringt mir, wo bringt mir das bitte irgendwas? Kann mir das, ja, wenn ich mich wiederbeleben kann? Ich könnte damit Hush One Hitten, oder? Das Problem ist, ich brauche heute ein Wiederbelebungs-Item. Und das habe ich nicht. Oh, der Mulligan wäre natürlich nice. Wollen wir den Boss rasch machen? Come on. Das könnte halt jetzt mega krass lenken. Scheiße, man. Scheiße, Alter, ey, das kann ich doch nicht machen. Komm schon. Okay. Können die Bosse einfach hier spawnen? Genau, wunderbar. Und ich töte die. Wir zählen mal mit. Das war jetzt Welle Nummer 2, ne? Welle Nummer 2. Dann haben wir hier Welle Nummer 3. Der kleine... Ne, wie heißt der nochmal? Little Kiss. Welle Nummer 3, wenn wir nicht alles täuscht. Danke dafür. Welle Nummer 4. Ja, wir machen auf jeden Fall schon einige Fliegen. Das ist sehr schön. Das war nämlich auch so mein Plan, ne? Durch die ganzen Tränen, die wir hier auf dem Screen haben. Sind wir da auf jeden Fall gut dabei bei der Fliegenproduktion. Und die Fliegen, ja, wir haben fast ein Zehner-Damage. Und das mit Libra. Ja, Zehner-Damage, 5 Wattiersrate. Das sind Stats, die können sich sehen lassen. Mit Quatsch, hat wohlgemerkt, ne? Und dazu kommt dann halt noch hier mein kleiner Inkubus-Freund, der mir halt nochmal alles verdoppelt. Wenn wir jetzt noch 2020 finden würden, oder Triple Shot, wäre ziemlich krass geil, Leute. Wäre ziemlich krass geil. So. Kommt, Mann, Kopf hoch. Kopf hoch, Kumpel. Was ist los bei dir? Danke. Wie im Gewitter. Ich habe einen kleinen Ohrwurm von unter dem Meer. Kennt ihr unter dem Meer von Ariel? Unter dem Meer. Ja. Irgendwie, ich kann mir den Text nicht merken. Ich weiß leider nicht, woran das liegt. Aber irgendwie, ich bin eigentlich gar nicht so... Also, wenn ich ein Lied höre, dann bin ich eigentlich jemand, der... Oh mein fucking Gott. Das ist nicht wirklich gedroppt. Oh lol. Das finde ich ein bisschen sexuell anregend. Ja, muss ich schon sagen. Dieser Lauf insgesamt ist ein bisschen sexuell anregend. Alter, ich habe einfach die... Oh mein fucking Gott. Und es leckt dich mir. Ja, doch, es leckt immer noch so krass. Hallo. Ich bin Isaac. Und ihr habt alle keine Chance gegen mich. hallo ich bin isaac hallo ich bin isaac schade hallo hallo ich bin isaac mannig suche euren boss könnt ihr mir nicht mal sagen wo der sich auffällt eventuell es hält mir so nervig dass ich die karte nicht sehe es ist nix erlebende nein schade eigentlich hätte ich schon gerne genommen nix erlebende wo das war ein komischer raum den kann ich doch gar nicht schon wieder kein boss raum hier ja mann kopf hoch kommen schon bitte 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 ich hasse solche gegner schlimmste der welt wir müssen auf jeden fall darauf achten dass wir unsere ansos ruhe jetzt einfach toxik schock toxik schock einfach so toxik schock im challenge raum was denn hier los meine damen das kann man auf jeden fall machen kann man machen da bin ich auf jeden fall dabei wir müssen wir müssen daran denken dass wir die left hand ablegen bevor wir weiter gehen bzw bevor wir in die chest gehen und wir müssen daran denken dass wir hier irgendwie den boss suchen und ich ihn nicht finde scheiße mann okay das sieht auch nach einem guten weg aus sodass ein blauer stein dass eine treubombe rausgekommen läuft bei mir da war doch kein blauer stein da habe ich mich wohl verguckt so bäh mal da ja im nächsten eiseklauf müssen wir gucken wahrscheinlich werden wir eine charakter mod spielen und neuen charakter austesten und dann werde ich mich auch als bald wieder an die nächste an den nächsten schiede dran setzen und den mir raussuchen mal gucken welchen wir da machen warum was ihr so für vorschläge geschrieben habt ich hoffe natürlich gute und ja so ist der fahrplan für die zukunft hallo nice kohle nehme ich mit danke dafür und dann gehen wir weiter ich würde auch noch gerne irgendwie ein devil die bekommen damit ich mein rotes herzchen weg machen kann aber irgendwie ist mir das nicht so richtig fahrgönnen das erste guppi item what the fuck warum krieg ich 99 bomben das hätte ich nicht einsammeln sollen dass ja ich brauche keine bomben mehr für mein leben das heißt das ding aber wenn ich es nicht eingesammelt hätte ich hätte oh mein fucking gott zweites guppi item leute wir könnten richtig eskalieren richtig krass eskalieren blöder raum aber schon in ordnung wir könnten kapi werden eventuell sollte ich doch mal den ja den kurs traum da den zacki zacki raum austesten ich weiß gar nicht um mein fucking gott um mein fucking gott um ein um ein womps und die bibel ich könnte es halt ne kommen an ja wie viele item sich auf dieser ebene aus roten what the fuck wow das hat gelenkt ich habe keine ahnung was da gerade passiert ist und die trollbombe hat mich getroffen aber shit happens shit happens shit happens meine damen oh mein fucking gott ja das ding ist ich würde ja schon gerne gabi werden aber das ich werde ich ja ich habe einfach ein problem leute ich bin halt ops fuck und ja ich werde ich nicht oh mein fucking gott ich habe juda shadow ich habe juda shadow aber ich werde zeit nicht einsetzen können glaube ich bis ich mich damit jetzt wiederbelebt habe da muss ich mich so oft umbringen dass da werde ich glaube ich nicht mehr glücklich mit wollen wir zu hasch gehen ich glaube nicht ich glaube ich habe ich glaube mit libra vor allen dingen und das könnte ein bisschen nervig werden oder wir würden hasch schon besiegen können denke ich aber er wird uns halt nur nerven kommen wir gehen weil wir gehen einfach nach oben ja warum soll ich mir jetzt den lauf noch irgendwie madig machen wenn ich auch einfach wenn ich aber einfach weiter gehen kann ja aber wir legen jetzt auf jeden fall mal die scheiße war der würfel wir legen auf jeden fall mal die left hand ab weil ansonsten werde ich das noch vergessen und dann haben wir hier das geschrei groß dann ist das geschrei groß wenn der cornel mal wieder so doof ist und mit der left hand in die chest geht ich kann mir schon vorstellen dass viele von euch davon ausgegangen sind ihr kennt mich jetzt auch ein bisschen nur an eurer stelle hätte ich auch damit gerechnet dass ich volltrottel wieder mit der left hand in die chest laufe aber anscheinend habe ich dazu gelernt oder ich hatte einfach glück keine ahnung will ich damit kriege ach ja genau ich habe das rate item das heißt wenn ich damit kriege kriege ich im grunde ein all stats ab wegen wegen hallo wegen dem item hier ich habe das rate item genau das rate item war es ja gut ich mache euch alle ja ein alter lag einmal geleckt und weg war das ding aber komplett komplett gefressen ich bin ops fack ja die sache ist ich wäre sogar ops fack denke ich wenn ich ja wobei ich habe wirklich nicht viel damit abbekommen also das ding spawnt mir begleiter also bist du zwei begleiter kann ich damit spawnen lassen da ist schon ziemlich krass ja guck dir das mal an wie viel damage ich mache das ist unglaublich unbelievable mann 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 und das mit libra da brach wieder einen storch lol yeah man das blatt die spritze da war meine zweite glaube ich ne ja ich glaube schon ja die vorher hätte ich eventuell mitnehmen können oder hätte ich vielleicht mit würfeln können oder so aber ich habe so einen krass coolen lauf hier will ich mir jetzt nicht unbedingt weg würfeln muss ich ehrlich gestehen ja keine ahnung vielleicht kann man das nachvollziehen vielleicht aber auch nicht wir haben eine emperor karte gefunden ich würde sagen wir benutzen die auch einfach kommen top die wette gilt hallo liebes blue baby ich bin cricket und ich hoffe dir geht es gut ich bin nicht nur cricket ich bin auch guppy ich habe einfach die cricket und die guppy verwandlung ich glaube mehr geht nicht im isaac leben leute das war ein kurzer part overall ich hoffe er hat euch gefallen wenn euch gefallen hat dann lasst mir eine bewertung da ihr findet die cricket verwandlung als mod im workshop einfach danach suchen sollte kein problem sein und ja dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder wahrscheinlich eventuell morgen mal gucken ja ich glaube morgen früh leute das dürfte samstag morgen gewesen sein ich wünsche euch noch einen schönen tag genießt den tag nutzt ihn und tschüss